Hallo Kassi 10! Sau geil, dass ihr heute Abend alle gegen Armut da seid. Dass wir zusammen ein Zeichen setzen. Sau geil, dass Kalle das auf die Beine gestellt hat. Sehr, sehr cool. Tschüss! Whoo! Okaay! Kalle Tee Hang. Das war's so gut. Big Spill. The Beatles coming to show the song. Big Spill. Put my heart on the line for you. Prost ihr Säckern! Prost du Sack! Danke! Ein dickes Fett ist Dankeschön erstmal an euch alle, dass ihr hier seid und auch die vierte Runde von METAL LIES RASES HUNGER zu einem absoluten Erfolg machen werdet. Da bin ich mir sicher. Seit 20 Jahren gibt es den Kältebus der Berliner Stadtmission. Der hat schon seit 20 Jahren fünfmal den Quartum rundet. Menschen in der Größe einer Kleinstadt vor der Kälte gerettet. Und wir haben letztens so eine große Lobinierungsfeier gemacht, wo alle möglichen Leute da waren. Und da habe ich einen Film zusammengeschnitten. Und bei dem Plakat von so einem Benefizkonzert von euch, da haben die Leute so ein richtig freudiges, warmes Lachen gehabt, als sie gesehen haben. Metalheads mit der harten Musik und da stützen die Leute mit dem harten Leben, weil Metalheads ein weiches Herz haben. Dafür danke! Geht das lauter! 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 Es ist denn die Unterstützung irgendwie, ihr könnt natürlich immer mehr gebrauchen. Es ist ja nie genug. Ihr braucht immer Freiwillige, die mitkommen, die mit auf Tour gehen. Wie auch, geh ihr auf Tour 2-3 Mal die Woche, seid ihr am Start. Und ihr habt immer Leute, die sagen, Ey, ich helfe mal mit, ich packe mal mit an, ich gebe mal Essen mit aus oder ich trage mal mit oder ich fahre mal das Auto. Absolut in jeglicher Hinsicht. Also wir brauchen Leute, die mit einem Auto herkommen, die sich mit einbringen, mitfahren, beim Vorbereiten helfen, auch mal mitvermitteln oder Sachspenden einfach aufbringen. Also wir können in jeglicher Hinsicht immer Leute brauchen. Somit ist auch natürlich jederzeit, jeder hat sich eingeladen, wenn jemand helfen möchte, was machen möchte, jederzeit hört sich willkommen. Wir führen jeden gerne mit ein in das Thema und nehmen jeden gerne mit auf Tour. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Für so eine tolle Sache, hier am Start zu sein, mithelfen zu können und der Sache wirklich etwas Gutes beitragen zu können. Und ich sehe, dass ganz viel Publikum gekommen ist und genau das braucht auch so eine Sache. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Sehr, sehr cool. Danke. Es ist니, ich d suggests. Danke.